So, düsen wir mal schnell und fangen hier runter. 400 Meter noch. 200 Meter noch knapp. Und dann hole ich mir direkt Unterstützung, ne? 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 immer besser da ist einer für den könig oh nein so jetzt erstmal hier hoch mal schauen was die da für ein biest haben nein nein da kommen sie wo sind sie okay getroffen das sind rotunde Wilde Rothunde Oder einer Einer zumindest Jawollo Geschafft Keta Landsit Außenposten befreit 5 von 24 Außenpostenmeister Hier ist ein Propaganda-Poster Dann nehmen wir direkt mit Nachfüllen Und Auffüllen So, weiter geht's Wohin denn jetzt? Mit der Eroberung dieses Außenposten Sind wir dem Sieg einen Schritt So altes Geld Schauen wir mal was wir jetzt noch so machen können Ah, ich kann hier erstmal Pistolen-Takedown Freizeitschütze Verbessert die Treffsicherheit für die meisten Waffen Beim Schießen aus der Hüfte Die Leichen schwer oder können jetzt Aha, bau ich nicht Ah, okay Doppelt so viele Blätter ernten Ah ja, ich wollte ja eigentlich auf die Karte gucken Was hier so im Umkreis zu machen ist Da ist noch einer Noch ein Außenposten Den hole ich mir als nächstes Alter, guck mal wie viel hier noch zu tun ist Ich bin grad mal hier unten Los, 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 los Nehmen wir mal ein Quad da unten Macht Spaß damit zu fahren Damit kann ich jetzt fahren Fährt er jetzt bei mir mit? Komm, steig auf Geil Ich fahr mit Verstärkung hier rum So, dann holen wir uns den nächsten Außenposten Ihr Wichser So Noch 450 Meter 250 Meter So So Und wir sind da Was zum Teufel Los, 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 los Rochran Ziegelfabrik Abteilung Transport So, erstmal hier Kommt das Schwachsinnsposter hier weg Da Da drüben Kürati Wie Kürati Jetzt verstehe ich's Ei, ei Ich werde mir Zeit mit dir lassen Aber wie Jetzt habe Ab und raus Scheiße, scheiße, scheiße Dann machen wir jetzt Ohjooioioi Nein, jetzt kommt Verstärkung ich kann ich jedoch vielleicht keine munition mehr so ich brauche die andere waffe ja Nein! Das wurde auf einmal alles zu viel. Hoffentlich sind wir wieder da. Jawohl. So, da habe ich eine Idee. Der Elefant nimmt die jetzt auseinander. Erstmal muss ich hier gucken, wo die Sirene ist. Ist da oben die Sirene? Ja. Nö. Boah! Was für ein Schuss. So, ich habe hier direkt eine Kiste, sehe ich. Auf Karte. Ja, da. Noch irgendwo eine. Oben wahrscheinlich, oder? Wann die denn hier? Ah, so geht das hier nicht, meine Freunde. Nicht einfach meine lieben Kyratrianer hier überfallen. So, alles auffüllen. So, und wieder raus. Irgendwo hängt hier noch ein Propaganda-Poster. Da oben. Wie komme ich denn da dran? Auf dem Elefanten. Der ist nicht mehr hier. Was haben wir hier? Oh, der wurde in der Opium-Hole verwandelt. Begib dich dorthin, Elmeri, diskret. Ah, ne, nicht schon wieder. Nicht schon wieder. Ach, komm, gib mir mal dein Geld hier. Komm, lass dir Alarm. Ah, ich kann ja noch einiges verkaufen. So, verkaufen. Empfohlene Nutzung verkaufen. So, alles verkauft. So, dann, wo begeben wir uns jetzt hin? Was haben wir hier für eine Bagger-Dur? Da. Und danach da hin. Und danach da, 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 da und dann so weiter, ne? Erstmal da hin. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Hey, ich würde das ja weiterlaufen lassen, aber... Der Radio-Sprecher. Guck mal, da vorne sind Gegner. Habe ich nicht getötet? Egal. So, wo sind wir denn hier? Ah, wir sind wieder im Propaganda-Dingens. Ähm. Oh nein, ein Scharfschütze. Da kommt er. So. Ah, guck mal, da kommt einer. Da ist noch einer. Wir kommen von der Straße. So. Da oben steht irgendwo der... So, der ist weg. Ach, ja. Ah, das ein, äh... Ein Geschütz. Boah, sind hier auf einmal viele. Ach nein. Schon das zweite Mal jetzt. Interneinander bei so einem Außenposten. Das gibt's doch gar nicht. Die Verstärkung ist so gut wie da. Ja, hoffen wir mal. Ich bin hier, um dir zu helfen. Ich drücke vor. Das ist unser Job, Arthur. Ah. Wer schießt da? Ich werde dich umbringen. Das ist einer erklären? Ich leg euch alle um. Konzentriert euch. Oh, da hat mich einer. Und der ist weg. Ja, das dann. Seid hier Soldaten oder Ziegenhörten. So, sind wir mal ganz assi so. Durchhalten. Wir kommen. Nicht nachlassen. Reiz ihn raus. Reiz ihn raus. Wo ist hier der Scharfschütze? So, wo haben wir denn hier welche? Ich seh keine Gegner mehr. So, alle weg. Da unten war einer. Da kommt er jetzt die Treppe. Die Leiter. Ah, da kommt er. Hat sich gelohnt für dich. Wo ist ein Soldat? In Deckung. In Kletterhunter. In Kletterhunter. In Kletterhunter. Ist gut. Ist gut. Dr. Fakta. Wo denn? Hallo. Weiter. Oh nein. Oh nein. So. Ist hier doch irgendwo jemand? Ich bin nicht. Ja. Oh, hat der eine Kraft. So, schnell heilen. Ich werde dich umbringen. So, wo ist er denn? Da hinten ist er. Einer fehlt. Sauber. Lager der Rochan-Ziegelfabrik. Nächster Außenposten befreit. Ach, guck mal. Hier ist noch eine Kiste.